Gut, ihr wisst es, am 31. Oktober ist wieder Weltsportag und deswegen geben wir da jetzt wieder eine Initiative und nachdem die Jugend am Ende des Monats im wahrsten Sinne des Wurzes meistens aufbrennt ist und das demonstrativ darzulegen, haben wir uns etwas einfallen lassen, wie man das kreativ den Jungen beibringen kann zu sparen. Und zwar gibt es hier die klassische Variante mit der Sparbixen, gibt es da verschiedene Falltechniken, dass das möglichst gut reinpasst, das Geld. Und dann legt man den klassisch einmal zusammen, das ist quasi das Sparefro-Origami, zweimal von unten nach oben, links, rechts, drückt den Schein alle Seiten fest, dreht es nochmal und wenn man dann am Ende des Jahres gut gespart hat, lohnt sich das natürlich auch. Ja, ich sage ja, das ist praktisch, oder? Und dann gibt es natürlich noch die Variante der Überweisung, ja, das ist der klassische Banktransfer von der Brieftasche aufs Konto Nummer eins. Über das Charge geht es sogar noch praktischer, on the fly quasi, kann man das mit einem Dauerauftrag super praktisch machen und die drei, Achtung, voll Treffer. Und dann haben wir eins, zwei und drei. Wunderbar. Danke. Ohne Zauberei Großes erreichen. Fonds sparen schon ab 100 Euro im Monat. Übrigens, feiern Sie mit uns am 31. Oktober Weltspartag. Tiroler Sparkasse. Beide. Sobald das. Vielen Dank.